Verschwindet. Dass es für immer weniger Dinge eigentlich Wörter gibt. Und... Man kauft Dinge, weil man Liebe nicht kaufen kann. Es ist mehr als nur Liebe. Es ist auch Vertrauen und Freundlichkeit, Achtung, Mut. Es sind Dinge, die man sich ja nicht kaufen kann. Und stattdessen kauft man sich die bessere Stereoanlage.